Warum seid ihr Single? Tja... Nicht den richtigen... Ist nicht der Richtige dabei gewesen bis jetzt. Wo sucht man so? Gar nicht. Wir sprechen nicht Deutsch. Doch, du sprichst in Deutsch. Du sprichst perfekt Deutsch. Seid ihr wirklich alle vergeben? Alle vergeben, ja. Keine Autogramme. Kennst du mich? Nein. Wer ist von euch Single? Nein. Ihr seid alle vergeben. Ist nicht so wild. Ist heute auch nicht mehr so gut. Ich musste schon mal im Kinderkarussell fahren. Und deswegen wünsche ich mir von euch einen Kuss auf die Wange. Ich muss jetzt los. Du musst jetzt los? Aber ich bin auch alle mit Mädels unterwegs. Aber wir können es ja trotzdem versuchen. Es ist auch so, wenn ihr die Mädels interessant findet, ja, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne anschreiben und sagen, hey, die zwei würden wir gerne kennenlernen. Ja. Love Challenge. Jeden Sonntag 19 Uhr. Sei gespannt auf eine neue Folge. Vielleicht waren wir in deiner Stadt, aber du warst nicht dabei. Dann schreib uns eine E-Mail an lovechallenge at web.de. Bis dahin dann. Sonntag 19 Uhr. Bir Mal. Ein, baldhomme. Ein, baldraowan. Eine, baldra XML ist hoch. ata 19 Uhr. Deswegen alles Nebraska.